Sie hatte nicht geschlafen. Vor Aufregung hatte sie kein Auge zubekommen. Endlich würde sie erfahren, wer hier lebte. Dass sie das Wesen gestern nicht gesehen hatte, hatte sie zusätzlich nervös gemacht. Da sie es im Bett nicht mehr ausgehalten hatte, war sie schon früh ins Badezimmer verschwunden, um sich ein heißes Schaumbad zur Entspannung zu gönnen. Sie hoffte so, ihre überstrapazierten Nerven ein wenig zu beruhigen. Wenigstens tat ihr heute nichts weh. Da sie nicht geschlafen hatte, hatten sie auch keine Albträumer gequält. Sie spürte, wie sich ihre Muskeln im warmen Wasser entspannten und sie immer ruhiger wurde. So sehr, dass sie doch tatsächlich in der Wanne einschlief. Hustend und wasserspuckend schoss sie aus dem Wasser hoch. Es war bereits deutlich abgekühlt. Sie musste eine ganze Weile geschlafen haben, bevor sie vom Beckenrand in die Wanne gerutscht war. Nur gut, dass sie von alleine aufgewacht war. Die Kriegsheldin Hermine Granger ertrunken in einer zu großen Badewanne. Sie verzog das Gesicht zu einer Grimasse. Ja, das würde bestimmt Schlagzeilen machen. Schnell ließ sie nochmals warmes Wasser nachlaufen, um sich noch kurz die Haare zu waschen, bevor sie die Wanne verließ und sich abtrocknete. Wieder in ihrem Zimmer kramte sie in ihren Klamotten. Binky hatte sie komplett neu ausgestattet. Sie selbst hatte nicht unbedingt viel dabei gehabt. Wozu auch? Zwar war ihr Beutel durch den Ausdehnungszauber groß genug, um ihren gesamten Kleiderschrank zu fassen. Allerdings hatte sie es sich angewöhnt, nur das Nötigste mitzunehmen, um das Chaos in der Tasche in Grenzen zu halten. Und natürlich, um genug Platz für ihre Bücher zu haben. Doch da Binky scheinbar nicht von der Barriere beeinträchtigt wurde und zudem anscheinend an einem Kaufzwang litt, stand ihr nun eine riesige Auswahl an Kleidung zur Verfügung. Nur, was sollte sie anziehen? Sie war unsicher. Sie hatte keine Ahnung, was sie erwartete. Fühlte sich seltsam nervös. Letztendlich entschied sie sich für eine enge, dunkelblaue Jeans und ein beigen Pullover, welcher sich perfekt an ihren Körper schmiegte. Sie war wirklich froh, dass sie mittlerweile, auch ohne Zauberstab, eine halbwegs anständige Frisur hinbekam und darüber, dass sich ihre Haare in den letzten Jahren verändert hatten. Statt dem wilden Gestrüpp, das sie als Mädchen auf dem Kopf hatte, fielen ihre Haare nun in geschmeidigen, braunen Wellen über ihre Schultern. Schnell flocht sie diese zu einem seitlichen Zopf. Als sie soweit fertig war, wartete sie ungeduldig auf Binky. Nervös tigerte sie im Zimmer umher. Als die Elfe endlich kam, wollte sie am liebsten sofort los. Doch Binky war erbarmungslos. Obwohl sie eigentlich viel zu nervös war, um etwas zu essen, bestand die Elfe darauf, dass sie Hermine erst zu ihrem Master brachte, wenn sie wenigstens ein Brötchen gegessen hatte. Wieder willig gehorchte sie ihr, schlang das Brötchen regelrecht hinunter, nur um endlich loszukönnen. Als sie fertig war, nickte die Hauselfe zufrieden und ginge Richtung Tür. Langsam folgte Hermine ihr. Das Brötchen lag ihr wie Steine im Magen. Merlin, sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal so nervös gewesen war. Sie verließen das Zimmer. Von dort ging es ein Flur entlang, von welchem noch weitere Türen abgingen. Binky erklärte ihr, dass es weitere Zimmer wie ihr eigenes waren, diese allerdings leer standen. Insgesamt machte alles einen sehr verlassenen Eindruck. An den Wänden hingen nur hin und wieder ein paar Landschaftsbilder, wie es auch eines in ihrem Zimmer gab. Keine Bilder von Personen, keine Fotos. Allerdings konnte sie einige Stellen an den Wänden ausmachen, die heller waren. Ähm, Binky, hingen hier mal Bilder? Und wenn ja, wo sind die hin? Traurig nickte die Elfe. Der Master hat alle Bilder der Familie abgemacht. Binky weiß aber nicht, warum. Resigniert folgte sie der Elfe dem Flur entlang. So würde sie wohl nicht an Informationen kommen. Am Ende des Flurs kam sie an eine Treppe, welche sowohl nach oben als auch nach unten führte. Zielstrebig lief Binky die Treppe hinunter. Unten angekommen standen sie in einer riesigen Eingangshalle. Ein Schauer lief Hermine über den Rücken. Und irgendwie hatte sie das Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein. Aber ehe sie weiter darüber nachdenken konnte, wurde sie bereits von Binky weitergeführt. Als sie einen großen Salon durchquerten, hatte Hermine erneut das Gefühl eines Déjà-vus. Und ein unangenehmes Ziepen machte sich in ihrem Bauch breit. Sie versuchte, das Gefühl zu greifen und sich zu erinnern. Aber ohne Erfolg. Der Raum war riesig, sehr hoch und hell. An der einen Wand befand sich ein Kamin und es gab sogar eine kleine Empore. Das Glitzern eines Kronleuchters fing ihren Blick auf. Und erneut zog es unangenehm in ihrem Bauch. Binky führte sie von dem Salon aus weiter in ein Wohnzimmer, welches Hermine aufgrund der Größe eher als kleinen Salon bezeichnen würde. Auch hier wirkte alles leer und unbewohnt. Sämtliche Möbel waren unter weißen Laken verborgen. Durch eine Glastür konnte sie in einen Wintergarten sehen, welcher an das Wohnzimmer angrenzte. Während das ganze Haus unbewohnt und verlassen, aber wenigstens gepflegt aussah, machte der Wintergarten einen geradezu heruntergekommenen Eindruck. Überall standen Töpfe mit vertrockneten und verkümmerten Pflanzen herum. War der Rest des Hauses geradezu penibel sauber, so hatte sich hier eine deutliche Staubschicht über allem angesammelt. Hermine wollte gerade die Tür öffnen und den Raum betreten, als sie von Binky energisch zurückgezogen wurde. Nein! Die Miss darf da nicht rein! Niemand darf das! Es war der Lieblingsraum der Misses! Seit ihrem Tod ist der Raum verboten! Aus großen erschrockenen Augen starrte die Elfe sie an, die Stimme hoch und schrill. Ist gut, Binky, ich gehe nicht rein. Bitte, bitte verzeih! Nur langsam beruhigte sich die Elfe wieder. Von welcher Misses sie wohl sprach? Vielleicht von der Frau ihres Gastgebers? Oder seiner Mutter? Während ihrer Überlegungen hatte Binky begonnen, die Laken von der Couch und den Sessel zu ziehen bedeutete Hermine nun Platz zu nehmen. Der Master kommt gleich! Binky wird schnell etwas Tee und Kekse holen! Und ehe Hermine noch etwas sagen konnte, war die Hauselfe auch schon verschwunden. Unsicher sah sich Hermine im Raum um, konnte aber nicht viel erkennen. Das Zimmer war recht dunkel, da das einzige Licht durch die verstaubten Türen des Wintergartens fiel. Nervös knetete sie ihre Hände im Schoß. Als eine Tür knarrte, schaute sie in die Richtung, aus welcher das Geräusch kam. Natürlich war es die dunkelste Ecke und so konnte sie lediglich ausmachen, dass dort jemand stand, aber nichts genaueres erkennen. Erneut wurde sie wütend. Sie hasste dieses dämliche Versteckspiel und sie schwor sich, dass damit jetzt Schluss war. Was, was wollen sie? Was soll das? Zeigen sie sich endlich! Sie hatte sich dabei vom Sofa erhoben, war einen Schritt auf die Gestalt zugegangen. Langsam, zögerlich kam diese näher. Noch immer war das Gesicht des Fremden im Schatten verborgen. Allerdings konnte sie das leichte Schimmern seiner Haare im diffusen Sonnenlicht ausmachen. Erneut überkam sie das Gefühl eines Déjà-Vus. Doch noch bevor sie dem Gefühl auf den Grund gehen konnte, war die Person komplett ins Licht getreten. Mervoy? Erschrocken hatte Hermine den Namen hervorgestoßen. Als er noch näher auf sie zukam, stolperte sie einen Schritt nach hinten. Dann noch einen. Schließlich drehte sie sich um und rannte aus dem Raum. Hermine! Erschrocken blieb sie stehen. Er... Er hatte sie noch nie beim Vornamen genannt. Nenn mich nicht so! Sie warnte sich ihm zu und blickte ihn böse an. Ihre Hände waren zu Fäusten geballt. Er stand im Türraum, schaute sie stumm an. Hermine konnte den Ausdruck auf seinem Gesicht nicht deuten. Während sie seinen Blick noch immer böse erwiderte, drang langsam ein Gedanke auf sie ein. Wenn das vor ihr Mervoy war und sie sich in seinem Haus befand, dann... Oh, Merlin! Sie war in Malfoy Manor. Panisch blickte sie sich um. Sie hatte bereits etwa die Hälfte des Salons durchquert, stand nun direkt unter dem Kronleuchter. Und jetzt erkannte sie es. Darum das ungute Gefühl, als sie den Raum betreten hatte. Wieso hatte sie es nicht sofort erkannt? Ja, die Möbel waren andere, vermutlich ausgetauscht, da sie bei ihrer Flucht einiges an Chaos und Zerstörung zurückgelassen hatten. Und natürlich fehlten wie im ganzen Haus die Bilder der Familie. Und es war alles heller als in ihrer Erinnerung. Trotzdem hätte sie es doch erkennen müssen. Der Kamin, die Empore, hatte sie es so sehr verdrängt. Sie stand sogar an der gleichen Stelle. Mit einem Schlag kam die Erinnerung zurück. Sie bekam keine Luft mehr. Ihr war, als würde man ihr die Brust zerquetschen. Ihr ganzer Körper schmerzte aufgrund der Erinnerung. Sie glaubte sogar, das Lachen dieser wahnsinnigen Hexe zu hören, als diese immer und immer wieder den Grociatus an ihr anwandte. Deutlich spürte sie das Messer, mit welchen Bellatrix sie für immer als Schlammblut gebrannt magt hatte. Dann hörte sie einen Schrei. Laut, schmerzerfüllt, panisch. Es dauerte einen Moment, bis ihr klar wurde, dass sie selbst es war, die schrie. Sie war auf dem Boden zusammengesackt, hatte die Arme um sich geschlungen und schrie, während ihre Tränen über das Gesicht liefen. Durch den Tränen Schleier konnte sie sehen, wie jemand auf sie zukam, sich vor sie hinkniete und die Hand nach ihr ausstreckte. Panisch wich sie zurück. Nein! Es war mehr ein Wimmern als tatsächlich ein Wort. Alle Kraft hatte sie verlassen und ihr Körper zitterte unkontrolliert. Schnell stand Malfoy auf und entfernte sich einige Schritte von ihr. Er sprach eilige Worte zu seiner Hauselfe, bevor er aus dem Zimmer stürmte. Doch davon bekam Hermine kaum noch etwas mit. Zu sehr war sie in ihrer Erinnerung gefangen. Auch merkte sie nicht, wie die Elfe sie langsam schweben ließ, sie in ihr Zimmer brachte und dort auf das Bett legte. Kurz wunderte sie sich über den bitteren Geschmack, als ihr die Elfe eine Flüssigkeit verabreichte. Aber da hatte die Dunkelheit sie auch schon verschlungen. Er wusste, es war ein Fehler. Wie konnte er auch nur eine Sekunde glauben, es würde anders laufen? Und wie konnte er so blöd sein, sich ausgerechnet dort zu zeigen? Er hätte wissen müssen, dass sie vor ihm davonlaufen würde. Geradewegs in den Salon. Wütend schlug er seine Faust gegen die Wand. Blut lief daraufhin seine Hand hinunter und Schmerz durchzuckte seinen Arm und er hieß diesen willkommen. Er wusste, es war nichts im Vergleich zu dem, was sie erlitten hatte. Hier, in diesem Haus, durch seine irre Tante, während er wie der Feigling, der er nun mal war, daneben gestanden hatte und nichts getan hatte. Erneut schlug er gegen die Wand. Härter. Diesmal vernahm er ein deutliches Knacken. Er hatte sich wohl etwas gebrochen. Gut. Das Pochen in der Hand klärte seine Gedanken. Langsam ging er zu dem Gemälde, betrachtete erneut die schlafende Frau. Friedlich lag sie da. Das Gesicht war entspannt. Nichts deutete mehr auf die Qualen hin, welche sie nur wenige Minuten zuvor durchlebt hatte. Er hatte Binky aufgetragen, ihren Schlaftrank zu verabreichen. Er selbst hatte hin und wieder in besonders üblen Nächten auf einen zurückgreifen müssen. Sie musste zur Ruhe kommen und sich erholen. Sie würde ihre Kraft brauchen, wenn sie ihn verließ und hatte nicht den geringsten Zweifel, dass sie genau das tun würde. vorsichtig, fast andichtig hob er ihren Zauberstab vom Tisch. Wieder spürte er das leichte Krippeln. Ein letztes Mal genoss er dieses Gefühl. Nachher würde er Binky beauftragen, Hermine den Stab zurückzugeben und dann würde sie gehen. Der Gedanke schmerzte. Er hatte so viel falsch gemacht. Nein, er hatte alles falsch gemacht und er konnte sich nicht mal bei ihr entschuldigen. Aber was würde das auch bringen? Sie würde ihm sowieso nicht verzeihen. Er verziehe sich selber nicht. Er war ein feiges Monster und bald wäre er wieder alleine. Er hat es nicht anders verdient. Sie hatte das Gefühl, als hätte sie tagelang geschlafen, ohne Albträume. Natürlich wusste sie, woran das lag. Sie konnte noch die Reste des bitteren Schlaftranks in ihrem Mund schmecken. Es war derselbe Trank, den sie damals schon genutzt hatte. Sie erinnerte sich an Binkys Worte, dass ihr Master ebenfalls unter Albträumen litt. Vermutlich hatte Malfoy selbst schon öfters auf den Schlaftrank zurückgegriffen. Malfoy. Sie hatte seit dem Krieg nicht mehr wirklich an ihn gedacht. Natürlich hatte sie damals die Todesanzeige seiner Eltern und später den Artikel über sein Verschwinden im Tagespropheten gelesen, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Und jetzt war sie hier, im Malfoy Männer. Kurz zuckte sie zusammen, als die Erinnerung an Bellatrix erneut über sie hereinbrach. Aber es war nicht mehr so schlimm wie gestern. Oder vorgestern. Sie wusste es nicht. Und es war auch nicht wichtig. Langsamer hob sie sich vom Bett. Statt Jeans und Pullover hatte sie ein einfaches T-Shirt und eine Schlafhose an. Binky hatte sie wohl umgezogen. Ruhig ließ sie den Blick durch das Zimmer wandern, bis er an dem Schreibtisch hängen blieb. Fast stolperte sie über den Stuhl, bei ihrem Versuch, möglichst schnell an den Zauberstab zu kommen, welcher dort auf der Tischplatte lag. Ein elektrisierendes Kribbeln fuhr durch ihre Finger, den Arm hinauf und schließlich durch ihren ganzen Körper, als sie ihren Zauberstab endlich wieder in der Hand hielt. Sie konnte es kaum glauben. Er hatte ihr ihren Stab zurückgegeben. Aber wieso? Der fiel ihr Blick auf den Umschlag, welcher ebenfalls auf dem Tisch lag und auf welchen in fein säuberlicher Schrift Granger stand. Kurz dachte sie daran, wie er sie Hermine nannte und sie es ihm verboten hatte. Es hatte sich einfach seltsam angefühlt, ihren Vornamen aus seinem Mund zu hören. Granger war besser, normaler. Behutsam griff sie nach dem Umschlag, holte den Brief heraus, setzte sich auf die Bettkante und begann zu lesen. Granger, nachdem du nun weißt, wo und vor allem bei wem du dich befindest, nehme ich an, dass du schnellstmöglichst das Weite suchen willst. Wer möchte schon in einem verfluchten Haus stecken, noch dazu mit einem verhassten Menschen? Ich weiß nicht, wie du es durch die Barriere geschafft hast, da kein Mensch hinein oder hinaus kann. Ich habe es selbst oft genug versucht. Doch ich bin mir sicher, du findest einen Weg. Der beste Zeitpunkt dafür ist morgens, wenn das Monster schläft. Binky wird dir die Türen des Manners öffnen, sobald du bereit bist zu gehen. Leb wohl, Draco Malfoy. Sie musste den Brief ganze dreimal lesen, bevor sie den Inhalt tatsächlich erfasste. Er ließ sie einfach gehen und er hatte ihr sogar ihren Zauberstab zurückgegeben. Sie wusste, dass ihm seiner damals vom Ministerium abgenommen worden war, nur hätte er erwartet, dass er ihren als Ersatz behalten würde. Warum also tat er das nicht? Und was hatte das mit dem verfluchten Haus auf sich? Sie versuchte sich zu erinnern, was damals alles in dem Artikel stand. Es war nicht viel gewesen, von einem auf dem anderen Tag war das Männer und seine Bewohner verschwunden. Nichts erinnerte mehr an das Gebäude, welches über Generationen hinweg dort gestanden hatte. Alles was man fand war eine leere unberührte Wiese. Es hatte für Aufsehen unter den Auroren gesorgt. Immerhin dachten die meisten damals, Malfoy hätte sich aus dem Staub gemacht, um seinen Hausarrest zu entgehen. Andere wiederum dachten, dass er den Tod seiner Eltern nicht verkraftet und das Manner vernichtet hatte. Und jetzt stellte sich heraus, dass er verflucht und ein Gefangener seines Zuhauses war. Und das sogar schon länger, als der vom Ministerium angeordnete Hausarrest es vorgesehen hatte. Und was hatte es mit dem Wesen auf sich? Laut Binky gehörte es mit zu dem Fluch, doch sie hatte noch nie von so etwas gehört. Und dabei war sie eine Fluchbrecherin. Mit schiefen Grinsen musste sie zugeben, dass es sie reizte, dieses Rätsel zu lösen. Aber es ging hier um Malfoy. Sie sollte wirklich schnellstmöglichst von hier verschwinden. Er war immerhin seit dem ersten Schuljahr ihr Feind. Auch wenn er falsch lag, wenn er glaubte, sie würde ihn hassen. Oh, sie hatte es getan, damals, als sie Kinder waren und er sie ständig beleidigt und schikaniert hatte. Sie hatte ihn so sehr gehasst, dass sie sogar die Beherrschung verloren und ihm eine gescheuert hatte. Aber als sie damals hier im Manor gefangen war, konnte sie den Hass nicht länger aufrecht halten. Ja, er hatte nur zugesehen und nichts getan, aber sie konnte den Schmerz und die Angst auf seinem Gesicht erkennen, während seine Tante sie quälte. Und er hatte Harry nicht verraten. damals erkannt. Es wäre so einfach für ihn gewesen, sie zu verraten und sich so bei Voldemort einzuschleimen. Doch er hatte es nicht getan und deswegen konnte sie ihn nicht hassen. Aber reichte ihn nicht zu hassen aus, um länger hier in diesem Haus zu bleiben? Reichte es, um ihm zu helfen? Sie wusste es nicht. Noch einmal überflog sie den Brief, bevor sie ihn seufzend auf das Bett legte. Im Moment konnte sie eh nicht weg. Es war bereits Nachmittag und Binky würde ihr so spät die Türen nicht mehr öffnen. Außerdem fühlte sie sich nach dem Tag, den Tagen, im Bett schwach und musste erst mal zu Kräften kommen. Das laute Knurren ihres Magens erinnerte sie zudem daran, dass sie schon länger nichts mehr gegessen hatte. Schnell ging sie ins Bad, um sich frisch zu machen und etwas anderes anzuziehen, bevor sie nach Binky rief. Sie brauchte dringend etwas zu essen. Danach konnte sie immer noch darüber grübeln, wie es jetzt weitergehen sollte. Mit dem Bekannten erschien die Elfe vor ihr und musterte sie skeptisch. Warum ist die Miss aufgestanden? Die Miss muss im Bett liegen bleiben. Lächelnd blickte Hermine auf die Elfe, welche kleinen Fäuste in ihre Hüfte gestemmt hatte und sie böse ansah. Mir geht es gut, Binky, allerdings habe ich etwas Hunger. Sofort leuchteten die Augen der Elfe auf und ehe Hermine es sich versah, saß sie schon an einem Tisch und schaufelte einen köstlichen Eintopf in sich hinein. Wie lange habe ich geschlafen? Fast vier Tage Miss erschrocken sah Hermine die Elfe an. Vier Tage? Langsam nickte die Elfe. Dabei hatte sie begonnen ihre Ohren in den Händen zu drehen. Binky hatte schon befürchtet etwas mit dem Trank falsch gemacht zu haben und der Master war außer sich vor Sorge hat nicht geschlafen Binky hat Master Draco noch nie so gesehen und und dann hat das Monster nachts noch schlimmer geheult als sonst. Die kleine Elfe schüttelte es merklich bei der Erinnerung. Dann hüpfte sie auf einmal mit einem Lächeln hinüber zum Bett um dieses neu zu beziehen. Aber jetzt ist die Miss wieder wach und alles wird gut. Jetzt kann sie den Master helfen. Traurig sah Hermine die Elfe an. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Doch natürlich der Master hat Binky viel von Hermine Granger der klügsten talentiertesten Hexe der Zauberwelt. Binky weiß genau dass die Miss ihm helfen kann. Dabei nahm das Gesicht der Elfe einen so ernsthaften Ausdruck an dass es fast schon komisch wirkte. Erstaunt blickte Hermine Binky an. Das hatte Malfoy gesagt? Das passte so gar nicht zu der Erinnerung die sie an Schnösel aus der Schulzeit hatte. Aber hatte der Krieg sie nicht alle verändert? Und in Malfoys Fall kam auch noch der Tod seiner Eltern ein Fluch und die Zwangsisolation hinzu. Vielleicht hatte sie es hier gar nicht mehr mit dem arroganten Jungen von eins zu tun. Aber konnte sie deswegen hier bleiben und versuchen den Fluch zu brechen? In einem Haus, in welchem man sie gefoltert zwar nicht hasste, der sie aber vom ersten Tag an beleidigt, gequält und verletzt hatte. So gut erinnerte sie sich an seine Sticheleien, an den kalten Blick aus seinen silbergrauen Augen. Hatte er ihre Hilfe überhaupt verdient? Hatte er es verdient, dass sie Zeit und Energie in ihn steckte und dabei selbst litt? Denn sie machte sich nichts vor. Hier in diesem Haus zu bleiben, würde einiges abverlangen. Konnte sie das? Sie war nicht mehr so stark wie früher. Im Krieg war sie mit allem klar gekommen, hatte es als notwendiges Übel angenommen und einfach immer weiter gemacht. Doch seit Ron... Nein, sie konnte nicht bleiben, konnte sich das nicht antun, sich nicht in Erinnerung stellen. Malfoy musste selber sehen, wie er klarkam. Erleichtert seufzte sie auf. Sie hatte eine Entscheidung getroffen. Blieb nur die Frage, wie sie die Barriere überwinden sollte. Aber fürs Erste verdrängte sie dies und beschloss stattdessen, ihr Essen zu genießen. Nach dem Essen wurde es langsam spät. Der machte sich Hermine bettfertig und nahm am Fenster Platz. Es könnte heute das letzte Mal sein, dass sie das Wesen sah. Ein unerklärlicher Stich der Enttäuschung durchfuhr sie bei diesem Gedanken. Doch schnell schüttelte sie dieses Gefühl ab. Sie musste sich auf Wichtigeres konzentrieren, zum Beispiel auf die Frage, wie sie von hier weg und durch die Barriere kam. Vier Tage hatte sie wie tot in ihrem Bett gelegen. Vier Tage, in denen Draco vor Sorge fast gestorben wäre. Nicht eine Sekunde hatte er sie aus den Augen gelassen, hatte nicht geschlafen. Nur wenn das Monster nach ihm rief, musste er gehen. Doch sobald der erste Sonnenstrahl die Lichtung erhellte, saß er schreibtisch und betrachtete die schlafende Frau im Bild. Jetzt war sie wieder wach. Jetzt würde sie ihn verlassen. Alles in ihm zog sich schmerzhaft zusammen, wenn er daran dachte. Er hatte sie genau beobachtet, während sie seinen Brief las. Sie hatte die Stirn dabei gerunzelt und auf ihre Unterlippe gekaut. Er kannte diese Geste noch aus der Schule. Dort hatte sie auch auf ihre Unterlippe gekaut, wenn sie angestrengt nachdachte. Wie oft hatte er sich dabei gewünscht, sie zu schnappen und zu küssen. Aber das wäre undenkbar gewesen. Ein Malfoy und ein Schlammblut, wie sehr er dieses Wort mittlerweile hasste. Außerdem hätte sie das niemals zugelassen, hätte ihn eher verflucht, als ihn zu küssen. Und nun würde sie gehen. Er war froh, dass sie ihren Appetit nicht verloren hatte. Ungläubig sah er zu, wie sie die Elfe sogar anlächelte, ja sogar richtig lachte, als Binky plappernd vor ihr herumtänzelte, ob sie jemals in seiner Gegenwart so lachen könnte. Wieder durchzuckte ihn Schmerz. Er beobachtete die beiden weiter, bis Binky schließlich verschwand und Hermine alleine ließ. Ein letztes Mal konzentrierte er sich auf ihr Gesicht, brannte sich jedes Detail ein, dann wandte er sich seufzend ab. Das Monster rief nach ihm. Kein Mensch kam durch die Barriere. Noch bevor sie wirklich wach und ihre Augen offen waren, schoss ihr der Gedanke in den Kopf. Wie konnte sie nur so dumm sein. Kein Mensch, aber ein Tier. Sie war in ihrer Animagi-Form gewesen, als sie die Barriere überwunden hatte. Und hatte Binky ihr nicht erzählt, dass Tiere aus dem Dschungel sich hin und wieder auf die Lichtung wagten? Und auch die kleine Elfe selbst konnte ohne Probleme in die Außenwelt gelangen. Immerhin brachte sie von dort regelmäßig Lebensmittel mit und hatte auch die neuen Klamotten für Hermine besorgt. So viel zur klügsten Hexe ihrer Zeit. Das hätte ihr doch eigentlich schon längst auffallen müssen. Sie sprang so schnell aus dem Bett, dass sie schwindelig wurde. Doch davon ließ sie sich nicht abhalten. Schnell stürmte sie ins Bad und machte sich fertig, zog sich hastig an, bevor sie auch schon ihren Zauberstab und ihren Beutel schnappte und zur Tür rausrannte. Es war Ohne Zögern rannte sie durch die Halle und auf die Eingangstür zu. Noch im Rennen hatte sie nach Binky gerufen. Die kleine Elfe erschien mit einem vor ihr. Binky öffne die Tür. Vor Aufregung war Hermines Stimme lauter als geplant und die kleine Elfe zuckte kurz zusammen, bevor sie die Tür wie befohlen öffnete. Kalter Wind schlug ihr entgegen. Wird vorige Fiepen der Elfe ließ Hermine kurz innehalten. Schnell kniete sie sich vor diese und sah ihr in die großen traurigen Kulleraugen. Ich, ich muss, ich kann nicht bleiben. Langsam nickte die Elfe. Der Master hat gesagt, dass Binky die Miss nicht aufhalten darf, aber Binky wünschte, die Miss würde bleiben. Tut mir leid. Schnell, damit sie es sich nicht doch noch anders überlegen konnte, drehte Hermine sich um und verließ das Haus. Auf der Lichtung herrschte noch immer das feuchtkalte Wetter, welches so typisch für den Herbst in Großbritannien war. Noch im Laufen zückte sie ihren Zauberstab, zeigte auf sich selbst und innerhalb von Sekunden wurde sie zum schwarzen Jaguar, welcher mit weiten Sätzen auf die Barriere zusprang. Kurz davor blieb sie stehen. Vorsichtig streckte sie ihre Nase vor. Sofort spürte sie das sanfte Krippeln, welches sie auch schon bei ihrer Ankunft bemerkt hatte. Da sie kein Hindernis wahrnahm, schritt sie weiter auf die Barriere zu und schließlich durch sie hindurch. Erstaunt drehte sie sich um. Da sie sich nun wieder außerhalb der Barriere befand, konnte sie das Menor nicht mehr sehen. Statt auf einer Lichtung befand sie sich nun wieder mitten und durchdringlichen Urwalz. Kopfschüttelnd lief sie noch ein Stück weg von der Barriere, bevor sie sich zurückverwandelte und apparierte. Sie war fort. Das war alles, was er denken konnte. Er hat es heute Morgen kaum in sein Zimmer zurück geschafft. Die Tage ohne Schlaf hatten ihren Tribut gefordert und kaum, dass er sein Bett erreicht hatte, war er auch schon darauf zusammengebrochen und sofort eingeschlafen. Der Schmerz hat ihn geweckt. Sie war nur wenige Tage im Menor gewesen. Während derer sie nicht mal Kontakt hatten und trotzdem spürte er den Verlust ihrer Abwesenheit. Ein scharfer Stich durchfuhr seine Brust und er bekam kaum Luft. Verzweifelt rief er an den Tisch neben sich, griff nach der Fiole und trank sie in schnellen Schlücken aus. Kraftlos ließ er sich darauf fallen, als der Schlaftrank auch schon seine Wirkung entfaltete und die Welt schwarz wurde. Sie war geradewegs in ihre Wohnung appariert. Ihr Blick schweifte durch das winzige Zimmer. Nachdem Ron sie verlassen hatte und ihrem Zusammenbruch, hatte sie es in ihrem Haus nicht mehr ausgehalten. Zwar hatte sie es nicht über sich gebracht, es zu verkaufen, aber dort wohnen konnte sie auch nicht mehr. Glücklicherweise hatte sie recht schnell ein Inserat für diese Wohnung gefunden, auch wenn man es bei genauerem Hinsehen kaum als Wohnung bezeichnen konnte. Es war ein Zimmer mit kleinem angrenzendem Bad. In diesem war zwischen Toilette, Waschbecken, Dusche und Waschmaschine gerade genug Platz, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Der Wohnraum selbst war groß genug für ein schmales Bett, eine Kommode, für ihre Kleidung und eine winzige Küchenzeile. Kurz musste sie an das Zimmer im Männer denken. Es war kein Vergleich zu den weitläufigen Räumen, welche sie dort bewohnt hatte. Nur in einem ähnelte ihre Wohnung dem Manor. Auch hier war alles unpersönlich und leer. Einzig die Bücher, welche sich überall stapelten, zeigten, dass hier überhaupt jemand lebte. Nirgends waren Bilder und Erinnerungsstücke. Sie hatte alles, was sie an Ron erinnerte, in ihrem alten Haus gelassen. Es tat zu sehr weh, wenn er sie aus den Bildern anlächelte, wo er es doch in echt nie mehr tun würde. Ob es Malfoy genauso ging? Hatte er deshalb alle Bilder seiner Familie abgehängt? Schnell verdrängte sie diese Gedanken. Sie wollte nicht an Malfoy denken. Sie beschloss sich erst mal einen Kaffee zu kochen und ihm bei Harry und Jeannie vorbeizuschauen. Etwas Abwechslung würde ihr bestimmt guttun. Bei ihren Freunden angekommen, wurde sie von Jeannie direkt in eine knochenbrechende Umarmung gezogen. Seit ihre beste Freundin schwanger war, hatte diese ungeahnte Kräfte entwickelt. Lachend befreite Hermine sich aus dem Klammergriff, nur um sich anschließend in den Armen ihres besten Freundes wiederzufinden. Schön, dass du dich mal wieder blicken lässt, Mina. Harrys grüne Augen strahlten sie freudig an, und ein wenig beschämt musste Hermine zugeben, dass sie tatsächlich schon lange nicht mehr hier gewesen war. Das zeigte ihr auch überdeutlich der Bauch, welchen Jeannie mittlerweile vor sich her trug. Diese bemerkte Hermines Blick und legte eine Hand darauf. Unser Kleiner wächst stetig, noch ein paar Wochen und ich werde zu fett sein, um noch durch die Tür zu passen. Hermine musste lächeln, als sie den Stolz und die Zuneigung in der Stimme ihrer Freundin wahrnahm. Sofort schlossen sich Harrys Hände von hinten um seine Frau. Ach Quatsch, du bist wunderschön. Kurz darauf durchzuckte sie Eifersucht. Wäre es anders gekommen, wäre sie vielleicht jetzt ebenfalls schwanger und würde strahlend neben Ginny stehen, während Ron sie umarmte. Doch das Schicksal wollte es anders, hatte er alles genommen. Entschlossen schüttelte sie die Gedanken ab, bevor sie sich in ihrer Trauer verlieren konnte. Gibt es denn schon einen Termin? Zusammen gingen die Frauen ins Wohnzimmer, während Harry in der Küche verschwand, um Tee zu kochen. Es hatte sich hier einiges verändert, seitdem Harry und Ginny eingezogen waren. Grimando Platz Nummer 12 war mittlerweile ein freundlicher und heller Ort. Nichts erinnerte mehr an das dunkle, trostlose Gebäude, in welchen sie in ihrem siebten Schuljahr Zuflucht gefunden hatten. Die Heiler im Mungus meinten, dass es im Dezember soweit sein wird. Liebevoll und mit verträumtem Blick streichelte Ginny über ihren Bauch. Harry ist schon fleißig dabei, das Kinderzimmer herzurichten. Dieser betrat wie auf Stichwort das Wohnzimmer, beladen mit Tee und kleinen Küchlein. Sofort griff Ginny nach eines der Küchlein und schlang es gierig hinunter. Noch mit vollem Mund schaute sie Hermine entschuldigend an. Sorry, seit zwei Wochen könnte ich dauernd essen. Am liebsten Süßkram. Und noch bevor sie zu Ende gesprochen hatte, langte sie bereits nach dem zweiten Stück Kuchen. Dabei erinnerte sie Hermine so sehr an Ron, dass es ihr kurz die Luft zuschnürte. Das war auch einer der Gründe, warum sie sich nur noch selten mit ihren Freunden traf und sich lieber auf die Arbeit konzentrierte. Was macht deine Arbeit? Irgendwelche interessanten Fälle? Harry, welcher ihr eine Tasse Tee in die Hand rückte, schaute sie erwartungsvoll an. Auf ihren besten Freund war einfach Verlass. Er spürte immer, wenn es ihr schlecht ging und sie Ablenkung brauchte. Manchmal hatte sie gar das Gefühl, er konnte ihre Gedanken lesen. Aber vielleicht fühlte auch er sich durch Ginny und seinen besten Freund erinnert. Dankbar nahm sie den Themenwechsel an und erzählte ihnen von ihrem Aufenthalt in Ägypten. Dabei stellte sie erschrocken fest, dass sie ihre Freunde tatsächlich schon seit zwei Monaten nicht mehr besucht hatte. Natürlich hätte sie ihnen auch von Malfoy erzählen können. Doch irgendwas in ihr sträubte sich dagegen. Dabei wäre es so einfach. Auch wenn Harry kein Aurora mehr war, würde er Malfoy sicher beim Ministerium melden und dann würden die sich darum kümmern. Könnten nach einer Möglichkeit suchen, den Fluch zu brechen. Binky würde sich bestimmt darüber freuen und sie selbst hätte nichts damit zu tun. Müsste nicht nochmal in dieses Haus oder zu ihm. Eigentlich wäre es die perfekte Lösung. Doch sie konnte es nicht. Etwas in ihr sträubte sich dagegen und sie wusste ja auch nicht, wie das Ministerium auf Malfoys nicht tot reagieren würde. Aber was kümmerte sie schon, was mit Malfoy geschah? Sie hatte ja schließlich nicht vor ihm selbst zu helfen. Da wäre das Ministerium die beste Lösung. Egal was anschließend geschah. Trotzdem brachte Als ein leises ertönte, erschrak Hermine kurz. Fast erwartete sie Binky zu sehen. Doch natürlich war es eine Creature, welche mit Einkäufen beladen im Raum stand. Miss Hermine, schön Sie wieder zu sehen. Geht es Ihnen gut? Hermine lächelte den Hauself strahlend an. Auch nach all den Jahren freute sie sich unbändig darüber, wie sich der einst grantige und regelrecht bösartige Hauself entwickelt hatte. Vielen Dank, Creature. Es geht mir gut. Und dir? Lächelnd nickte ihr der Elf zu. Creature geht es ausgezeichnet. Wenn der Master es wünscht, bereitet Creature das Essen vor. Dabei hatte er sich an Harry gewandt, welcher lediglich kurz nickte. Selbst nach all den Jahren war er es noch nicht gewohnt, einen Hauself zu haben, welche alles für ihn erledigte. Aber Creature wollte es so. Harry hatte Creature bereits kurz nach dem Krieg die Freiheit geschenkt, aber er blieb, wollte seinen Herrn nicht verlassen. Genau wie Binky Malfoy nicht verlassen will. Schnell schüttelte Hermine den Kopf, um diesen Gedanken zu verdrängen. Sie unterhielten sich noch eine ganze Weile über Hermines Arbeit, über Harrys Anekdoten aus Hogwarts. Er war mittlerweile Lehrer für Verteidigung, über Ginies Schwangerschaftsgelüste und über alltägliche Kleinigkeiten. Dabei merkte Hermine, wie ihre Gedanken ständig abdrifteten. Eigentlich war sie immer eine ausgezeichnete Zuhörerin gewesen, doch heute konnte sie sich nicht auf die Erzählungen ihrer Freunde konzentrieren. Ständig schlichen sich Gedanken an Malfoy und den Fluch, unter welchem er und sein Heim lagen in ihrem Kopf. So verabschiedete sie sich schließlich von ihren Freunden und versprach dieses Mal nicht wieder so lange mit dem nächsten Besuch zu warten. Zu Hause in ihrer Wohnung lief sie unruhig auf und ab. Sie hatte eine Entscheidung getroffen. Sie hatte entschieden, Malfoy nicht zu helfen. Warum also konnte sie nicht aufhören über den Fluch zu grübeln? Die Antwort war so simpel wie nervig. Sie war nun mal Hermine Granger. Ron hatte oft genug gesagt, dass ihr Helfer-Syndrom und ihre ewige Neugierde sie mal in Schwierigkeiten bringen würden. An Draco Malfoy hatte er dabei vermutlich nicht gedacht. Was sollte sie jetzt also tun? Zurückgehen und versuchen den Fluch zu brechen? Würde er ihre Hilfe überhaupt wollen? Und konnte sie mit ihm arbeiten, ihm vertrauen? Kurt schnaubte sie bei dem Gedanken. Aber was war mit Binky? Die kleine Elfe hatte sich rührend um sie gekümmert und Hermine hatte sie lieb gewonnen. Konnte sie zulassen, dass Binky auf Dauer alleine mit Malfoy in dem riesigen Haus blieb? Und was war mit dem Wesen? Was wenn Malfoy es nicht schaffte, es draußen zu halten? Wenn es ins Haus gelangte und der Elfe etwas tat? Genervt von dem Hin und Her ihrer Gedanken ließ sie sich aufs Bett fallen. Hätte sie sich doch an Harry wenden sollen? Einfach ihm die Entscheidung und die Verantwortung überlassen? Dem Ministerium? Wieder spürte sie Widerwillen bei diesem Gedanken. Solange die Chance bestand, dass Malfoy daraufhin in Asgaban landen würde, wollte sie das Risiko nicht eingehen. Wieso wusste sie selbst nicht? Natürlich war er mittlerweile für tot erklärt worden. Da er das aber ja nun doch nicht war oder sich mit seinem Verschwinden den Befehlen des Ministeriums widersetzt hatte, bestand durchaus die Möglichkeit, dass man ihn rückwirkend strafte. Dass sein Verschwinden unwillkürlich geschah und für ihn sogar eine größere Strafe darstellte als der eigentliche Hausarrest, spielte dabei vermutlich keine Rolle. Hermine wusste selbst, wie unnachsichtig das Ministerium nach Kriegsende mit den überlebenden Todessern verfahren war. Aber wieso kümmerte es sie? Es sollte ihr doch egal sein. Auch wenn sie nicht hasste. Er war schließlich kein Unschuldiger. Er war ein Todesser. Er hatte das mal. Er hatte die anderen Todesser ins Schloss gelassen. Und auch wenn er ihn nicht selbst umgebracht hatte, so hatte er doch für Dumbledores Tod gesorgt. Natürlich stimmte das nicht ganz. Hermine wusste, dass Dumbledore es so geplant hatte. Aber ohne Malfoy wäre es vielleicht anders ausgegangen. Mal abgesehen von der Gefahr, die er sie alle brachte, als sie die Todesser ins Schloss ließ. Sie hatten Glück, dass es außer dem Professor keine weiteren Tode gegeben hatte. Aber hatte es deswegen verdient, nach Azkaban zu kommen, an den Ort, der seinen Vater nach gerade mal zwei Jahren in den Tod getrieben hatte? Aber vielleicht würde das auch gar nicht passieren. Vielleicht würde das Ministerium ihn auch freisprechen. Auch diese Möglichkeit bestand. Und wie lange konnte er dort im Manor alleine mit einem Monster noch überleben? Konnte sie mit dem Wissen leben, ihn dort zu lassen, obwohl sie ihm hätte helfen können? Klebte nicht schon genug Blut an ihren Händen? Irritiert wischte sie sich die Tränen von den Wangen. Sie hatte nicht mal gemerkt, dass sie angefangen hatte zu weinen. Erschöpft ließ sie den tränenfreien Lauf, weinte stumm vor sich hin, bis sie sich schließlich vor Erschöpfung zusammenrollte und einschlief. Auch in dieser Nacht suchten sie die Träume heim. Sie sah, wie Ron ihr genommen wurde. Doch als sie in sein Gesicht sah, waren es nicht blaue Augen, die ihren Blick erwiderten, sondern silbergraue. Mit einem spitzen Schrei und wildpochendem Herzen erwachte Hermine aus ihrem Traum. Schon wieder hatte sie der anklagende Blick aus diesen grauen Augen im Schlaf verfolgt. Die zweite Nacht in Folge, geblendet blinzelte sie in das durchs Fenster scheinende Sonnenlicht und versuchte die letzten Reste des Traumes und ihre damit einhergehenden Schuldgefühle abzuschütteln. Aus dem Augenwinkel sah sie eine Bewegung vor ihrem Bett, was sie erneut erschrocken aufschreien ließ. Sie war nicht allein in ihrer Wohnung. Binky wollte die Miss nicht erschrecken, aber die Miss muss mitkommen. Das Monster war letzte Nacht im Haus, alles ist zerstört und irgendwas stimmt mit Master Draco nicht. Er wacht einfach nicht auf, er liegt wie tot im Bett. Binky weiß nicht, was sie tun soll. Aufgeregt hüpfte die kleine Elfe vor Hermine auf und ab, die Augen groß und panisch, ihre Stimme schrill und hoch, überschlug sich fast, als die Elfe die Worte schnell hervorstieß. Sofort war Hermine hellwach. Sie zögerte keine Sekunde, mit einem Wink ihres Zauberstabes hatte sie sich angezogen. Schnell schnappte sie ihren Beutel und reichte der Elfe die Hand. Mit einem apparierten die beiden mitten in den Dschungel. Sofort verwandelte Hermine sich in den Jaguar und eilte durch die Barriere auf die Lichtung und Richtung Manor. Kurz vor der Eingangstür verwandelte sie sich zurück und ging mit gezogenen Zauberstab hinein. Der Anblick, welcher sich ihr bot, ließ sie kurz innehalten. Sämtliche Möbel lagen zerstört im Raum verteilt. Tiefe Kratzspuren zierten Wände und Böden. Vorsichtig folgte sie der Elfe durch die Halle und weiter die Treppe hinauf in den zweiten Stock. Auch hier setzte sich die Zerstörung fort. Oben angekommen führte Binky sie in sein Zimmer. Nur zögerlich betrat sie dieses und ging auf das Bett zu, in welchem eine leblose Gestalt lag. Kurz dachte sie, dass es bereits zu spät wäre, dass er tot war. Doch dann konnte sie sehen, wie sie seine Brust langsam hob und senkte. Ohne länger zu zögern ging sie auf ihn zu und tastete nach seinem Puls. Nur ganz schwach, fast unmerklich, konnte sie ihn spüren. Neben Malfoy lagen mehrere kleine Fiolen. Schnell hob Hermine eine davon zu ihrem Gesicht und roch daran. Sofort schoss ihr der scharfe bittere Geruch des Schlaftranks in die Nase. Bestürzt runzelte die junge Hexe die Stirn. Hatte er die etwa alle getrunken? Sie war gerade mal zwei Tage weg gewesen, doch hier lagen fünf Flaschen, wenn er die alle in der kurzen Zeit geleert hatte. Sie wusste aus eigener Erfahrung, dass man bei der Einnahme dieses Trankes sehr vorsichtig sein musste. Eine Überdosis konnte schnell zum Koma, wenn nicht gar zum Tod führen. Sie selbst war nach St. Mungus gelandet, weil sie zu viel von dem Trank eingenommen hatte. Binky, lass Wasser in die Wanne ein, wir müssen ihn ins Bad bringen, beeil dich. Während Binky im Bad das Wasser entließ, kümmerte sie sich darum, Malfoy in dieses schweben zu lassen. Kurz meinte sie, seine Hand zucken zu sehen, doch gleich darauf war sein Körper wieder starr und Hermine konnte nicht sagen, ob sie sich Wanne gefüllt war, entledigte sie sich schnell ihrer Schuhe und der Hose, um nur in Shirt und Slip in die Wanne zu steigen. Der beließ sie Malfoy vorsichtig neben sich ins Wasser gleiten. Hermine hatte bereits eine kleine Fiole mit roter Flüssigkeit aus ihrem Beutel gefischt und neben den Beckenrand gestellt. Nun nahm sie ihren Zauberstab zur Hand und fuhr an Malfoys Handgelenke entlang und schnitt mit ruhiger Hand erst Malfoys rechte dann seine linke Pulsader auf. Binky stieß daraufhin einen panischen Schrei aus, welcher in ein ängstliches Wimmern überging. Es tut mir leid, Binky, aber das ist seine einzige Chance. Er hat zu viel Schlafmittel im Blut. Es ist wie Gift, wenn es in seinem Körper bleibt, wird er nie mehr aufwachen. Wimmernd lief die Elfe am Beckenrand entlang, während sie zusah, wie sich das Wasser langsam rot färbte. Hermine blendete das Wimmern der Hauselfe aus, um sich stattdessen auf den Pulsschlag und das leise Atmen der Person vor sich zu konzentrieren. Nach knapp fünf Minuten, während sich die beiden nicht rührten und nur auf die rote Flüssigkeit starren konnten, welche immer weiter aus Malfoy hinaus floss, schnappte Hermine sich ihren Zauberstab und verschloss die Schnitte an seinen Armen. Danach griff sie nach der Fiole und schüttete ihm den gesamten Inhalt in den Mund. Sie hoffte sehr, dass der Blutbildungstrank schnell wirkte. Mit einem weiteren Wink ihres Stabes ließ sie das Blut aus der Wanne verschwinden und warmes Wasser nachlaufen. Sie wusste, wie schnell der Körper nach einem solchen Blutverlust auskühlte. Das warme Wasser würde dies hoffentlich verhindern. Zudem konnte sie auch die letzten Spuren des Blutes von ihnen beiden waschen. Erschöpft ließ sie den Blick über den Körper des jungen Mannes schweifen. Erst jetzt wurde sie sich der Nähe zu ihm und der Tatsache, dass er quasi nackt mit ihr in der Wanne lag, bewusst. Leichte Röte überzog Schnell brachte sie Abstand zwischen sich und ihm. Sie wusste, dass sie sich idiotisch benahm. Immerhin war er nicht der erste Mann, den sie unbekleidet sah, und außerdem war er schließlich eine Art Patient. Trotzdem konnte sie das Gefühl, dass sie gerade etwas Verbotenes tat, nicht abschütteln. Genauso wenig wie die Neugierde. Also besah sie ihn sich genauer. Seine silberblonden Haare umrahmten in sanften Wellen sein Gesicht. Langsam ließ sie ihren Blick von seinem Gesicht zu seinen breiten Schultern hinunter, zu seinem Sixpack wandern. Sie musste zugeben, dass er gut aussah. Während der Schulzeite war er eher schlachsig gewesen. Doch im Laufe der Jahre hatte er Muskeln aufgebaut. Er war wirklich attraktiv. Oh Merlin, hatte sie das gerade tatsächlich gedacht? Das war immerhin Maffoy. Sie sollte von ihm nicht als attraktiven Mann denken. Schnell bedeutete sie Binky mit einer Geste näher zu kommen. Binky bring ihn bitte in sein Zimmer, am besten direkt ins Bett. Er darf keinenfalls auskühlen und er muss viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Eine einfache Brühe wäre gut, du musst sie ihm aber vorsichtig verabreichen. Lächelnd nickte die Elfe, bevor sie Malfoy mit einem Fingerschnippen aus dem Becken hob und ihn danach mit einem weiteren Schnippen zu trocknen und anzuziehen. Erleichtert stellte Hermine fest, dass er nun ein T-Shirt und eine bequeme Jogginghose trug. Bei dem Anblick musste sie kurz lächeln. Noch nie hatte sie Malfoy in bequemen Sachen gesehen. Langsam erhob sie sich ebenfalls und stieg aus der Wanne. Schnell trocknete sie sich mit einem Schwenker ihres Zauberstabes ab und zog sich frische Sachen an. Danach machte sie sich auf den Weg in Malfoys Zimmer. Binky war bereits dabei, ihm vorsichtig etwas klare Brühe einzuflößen. Zwar war er noch nicht wach, doch sein Schluckreflex war glücklicherweise vorhanden. Erneut prüfte Hermine seinen Puls und seine Atmung und stellte erleichtert fest, dass beides bereits kräftiger wurde. Auch seine Haut hatte wieder einen etwas gesünderen Farbton angenommen. Er war immer noch sehr bleich, aber seine Haut hatte den wässernen Glanz verloren. Sie Auf keinen Fall! Die Miss darf nicht aufräumen. Das ist Binkys Aufgabe. Kaum hatten die Worte ihren Mund verlassen, lief sie auch schon Richtung Tür. Die Miss kann sich um den Master Draco kümmern. Ein wenig irritiert starrte Hermine der Elfe hinterher. Sie wusste nicht recht, was sie von deren Verhalten halten sollte, zumal sie eigentlich gehofft hatte, nicht alleine mit Malf in seinem Zimmer bleiben zu müssen. Mit einem resignierten Seufzen zog sie sich den Schreibtischstuhl heran und setzte sich neben das Bett. Dann griff sie in ihren Beutel und zog ein Buch heraus und begann zu lesen. Die nächsten drei Stunden verbrachte sie an seiner Seite, las in ihrem Buch und verabreichte ihnen immer wieder kleine Schlucke des stärkenden Brühe, noch mal eine Fiole Blutbildungstrank und auch einen ihrer Stärkungstränke. Irgendwann konnte sie nicht mehr sitzen und begann damit, im Zimmer umher zu wandern. Anders als in ihrem waren die Möbel hier in einem dunklen Braun gehalten. Die Wände waren weiß und der Boden war mit einem grünen Teppich ausgelegt. Hermine schmunzelte, als sie die Farbwahl bemerkte. Natürlich musste es in seinem Zimmer etwas Grünes geben. Ein leises Stöhnen ließ sie aufhorchen. Schnell ging sie zum Bett zurück und beugte sich über Malfoy. Kurz zuckten seine Augen glieder, blieben aber geschlossen. Sörfzend setzte sich Hermine wieder auf ihren Stuhl. Zum wiederholten Male wanderten ihre Augen über die vor ihr liegende Gestalt. An seinen Armen konnte sie die dünnen Narben ausmachen, die von ihren Schnitten kamen. vorsichtig legte sie ihren Arm daneben. Ihre Narben glichen der seinen, nur dass man sie auf ihrer Haut etwas deutlicher sah. Mit Schaudern dachte sie daran, wie nah sie dem Tod damals war. Hätte Harry nicht sofort gehandelt? Schnell schüttelte sie die Gedanken ab. Es war alles gut gegangen, sie hatte überlebt. Und dank dieser Erfahrung hatte sie jetzt Malfoy retten können. Vorsichtig strich sie erst über ihre, dann über seine Narbe. Als ihre Fingerspitzen über seine Haut strichen, kribbelten diese leicht. Erschrocken zog sie die Hand zurück. Da erst wurde sie sich seines Blickes bewusst. Sie hob den Kopf, um ihn anzusehen und spürte, wie er die Röte ins Gesicht schoss. Hastig sprang sie vom Stuhl auf. Dabei hatte sie so viel Schwung, dass dieser dabei mit lauten Poltern zu Boden fiel. Du, du bist wach? Etwas verlegen stand Hermine vor dem Bett und schaute auf Malfoy. Dieser hob spöttisch die Augenbraue. Ein Lächeln umspielte dabei seinen Mundwinkel. Sieht ganz so aus. Unsicher, was sie sagen sollte, trat Hermine von einem Fuß auf den anderen. Schließlich war es Malfoy, der die Stille durchbrach. Was machst du hier? Binky hat mich geholt. Sie hatte Angst, weil es dir nicht gut ging. Und ich musste ihr einfach helfen. Kurz meinte sie so etwas wie Enttäuschung in seinem Blick zu sehen. Doch schnell hatte er die kalte herablassene Maske aufgesetzt, welche sie bereits aus ihrer Schulzeit kannte. Na, jetzt geht es mir ja besser und du kannst wieder gehen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Seine hatte sie nicht wirklich mit einem Danke gerechnet, doch diese Ablehnung hatte sie trotzdem nicht erwartet. Wütend und enttäuscht drehte sie sich um und verließ das Zimmer. Den traurigen Blick, welchen ihr Malfoy hinterher warf, sah sie nicht mehr. Idiot, wie konnte man nur so bescheuert sein? Sie war hier, bei ihm. Der Grund war doch vollkommen egal. Doch er hatte sich mal wieder wie ein Arsch benehmen und sie vertreiben müssen. Zum wiederholten Male schlug Draco gegen die Wand, während er sich in Gedanken weiter beschimpfte. Er war aufgestanden, kurz nachdem Hermine das Zimmer verlassen hatte. Seine Beine zitterten noch leicht, doch dafür, dass er fast drauf gegangen war, fühlte er sich erstaunlich gut. Zumindest körperlich. Emotional sah das ganz anders aus. Erneut schlug er wütend gegen die Wand. Wieso nur machte er immer alles falsch? Erschöpft ließ er sich auf den Boden fallen. Sie war zurückgekommen, hatte sich um ihn gekümmert, hatte ihm das Leben gerettet und er hatte sich genau wie in der Schule verhalten. Als er langsam wach wurde, dachte er erst, er wäre gestorben und im Himmel. Wieso sonst sollte Hermine an seinem Bett sitzen und sich um ihn kümmern? Tief atmete er ihren Duft ein, das Handgelenksstrichen waren elektrisierend. Noch nie hatte er so etwas gespürt. Er hatte sie einfach angesehen, konnte seinen Blick nicht von ihr wenden. Sie war schön. Das lange braune Haar fiel ihr in sanften Wellen über die Schulter. Eine leichte Röte hatte ihre Wangen überzogen und sie blickte mit ihren sanften braunen Augen auf sein Hand hinunter. Viel zu schnell war der Moment jedoch vorbei. Kaum hatte sie ernahm es ihr nicht übel. Es wunderte ihn eher, dass sie ihm davor so nah gekommen war. Und dann hatte er es natürlich wieder total vermasselt. Aber ihre Worte hatten ihn verletzt, machten sie doch deutlich, dass sie nur aus Sorge um Binky und nicht wegen ihm hier war. Aber wer konnte es ihr schon verdenken? Schließlich war er ein Monster. Wie auf Stichwort spürte er die Sonne untergehen. Mühsam rappelte er sich auf. Er durfte sich jetzt nicht gehen lassen und sich im Selbstmitleid suhlen. Er musste dafür sorgen, dass das Monster draußen blieb, durfte seinen Fehler nicht wiederholen, nicht wenn Hermine hier war und in Gefahr geraten könnte. Er schämte sich auch so schon genug für sein Verhalten, dafür, dass er sich wieder wie ein Feigling verhalten und den einfachsten Weg gehen wollte. Er hatte sich nicht einmal sonderlich angestrengt, um das Monster im Zaun zu halten. Es war ihm egal. Nachdem Hermine gegangen war, war ihm alles egal gewesen. Und als er dann am Morgen zurück in seinem Zimmer war, hat er kurzerhand seine kompletten Schlaftrank Reserven auf einmal genommen. Denn wofür sollte er noch weiterleben? Wofür weiter kämpfen? Er hatte nicht damit gerechnet, dass Binky zu Hermine gehen könnte. Und noch weniger hatte er damit gerechnet, dass diese tatsächlich kommen und ihn retten würde. Auch wenn sie es nur Binky zuliebe getan hatte. Mit Grauen stellte er fest, dass er keine Sekunde an seine Hauselfe, seine treue Gefährtin gedacht hatte, als sie die Tränke zu sich nahm. Er war wirklich ein Monster.